so unterteilt ist kriegs müde schicken wir mal hilfe das muss nicht sein so holen wir mal hier ein bisschen auf noch ich würde mir jetzt nichts in mexico angreifen und die hauptstadt da oben so wir können wieder eine armee ausheben so mexico du bist dann irgendwo eine feindliche dinges der islam wurde harmonisiert und damit haben wir den süßen klang erreicht sehr schön wunderbar damit haben wir jetzt eigentlich alles geschafft was wir wollen so weit so komm mal dahin, 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 dann geht noch dahin und der dinges geht noch dahin dann sollte es passen so tun die auch was harmonisieren? nicht wirklich ne? sieht eher nicht so aus könnte noch was konvertiert für die so, jetzt könnte man dann noch die christliche machen da müssen wir theoretisch alle haben normalerweise, oder? glaub schon normalerweise, würde ich mal sagen so, aber das wäre schon mal gern hier alles ja, oben kann man das nicht mal markieren, damit ich mal einen anspruch mache ja, schon schön äh oh da unten habt ihr ja auch noch Gebiet sag das doch oh nee, jetzt will ich auch Stabilität ganz toll so, einmal Mexiko komplett übergeben müssen wir alles haben, ne? ja oh, schade okay, besatzen wir noch ein bisschen würde ich sagen naja so geht das ja nicht hier da ist er ja so, jetzt dürfte er aber gleich keine Lust mehr haben oh gegen Frankreich ja bin ich dabei würde ich sagen aber was kriege ist die andere Frage, ne? äh ist aber natürlich auch doof wegen Russland die würde ich eigentlich nur angreifen das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt das große koreanische Mexiko dann besetzen wir uns mal hier unten das Zeug würde ich sagen so, da müssen wir hier mal was umstellen hier vorne kann mit angreifen Kaskadia auch Mexiko auch das passt dann schon ja, nehmen wir mal ah, die besetzen das schon sehr schön Kommen wir hier rüber ja sehr gut Französisch, Kolumbien oh, da ist Tunesien ja ganz geil war ja so klar Niffel total sehr gut das war mal eine schnelle Konvertierung so, was nehmen wir als nächstes oh, Moment haben wir noch da unten guck mal hier rüber so, ich glaube wir können mal hier die die Inseln machen, oder? oder? dann machen wir es mal hier oben damit es auch mal dicht ist so, wie schaut es denn hier aus? ganz gut eigentlich Sienna ist auch schon besetzt äh, das kann er läuft macht ihr da? keine Ahnung weiß man nicht so genau die kommt jetzt natürlich nicht vorwärts ist ja wieder ganz toll wow, was? mal habt ihr vier Mörer das ist nicht nett ah, die hat euch nichts gebracht haha wie schön, dass die nichts machen dschungel dschungel ist alles dschungel hey okay oh 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 wurscht wurscht möchte ich etwa zu uns reinrennen? müssen wir fast nur einen rüberholen Mann, Mann, Mann. Würdest du uns das geben, Österreich, das ist möglich? Wie ist denn so der Kriegsstand für uns? Zwei Prozent gerade mal. Das ist nicht viel. Nicht wirklich. Hm. Ah, da geht auch nichts verletzt, das ist so nervig. Tch. Hm. Die Splash. 17 bei 3. 8. Nehmen wir den lieber rein. Und hier ist wer billiger gewesen? Der dann, ne? Kann man nicht befördern? Schade. Oh, ich sehe gerade, ich habe ja auch ein Dings, der nicht so besonders ist, ne? Können wir da mal den Herrscher? Ach so, der ist zweiblich. Es gibt ihn ja nicht. Witz. Jeb. Ja. Ich bin ja nicht so. Ja. 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 Ich glaube, ich muss in meine Festung einnehmen. Oh, das ging schnell. Oh, oh. Ja, sie ist tot. Na, Gott sei Dank. Nee. Kaiserland ist gar nicht tot. Ach, nö. Der Nachfolger ist gestorben. Na, ganz geil. Komm, schauen. Nein, nicht verlieren. Verdammt. Diese verdammten britischen Truppen, ey. Äh, französischen. Mann, Mann, Mann. Das ist nicht schön. Müssen ja gerade mal schauen, wegen Russland. Oh, Russland hat mehr Moral. Ach so, ich bin Feigling deswegen. Nee, da kann man Russland nicht angreifen. Das ist nicht gut. So, die müssen sich erst mal erholen hier. So, ein bisschen. Hallo. Ich will vernünftige. Ich sagte, ich möchte vernünftige. Kriegt man sonst noch irgendwelche? Nee. 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 Kann man mit Leben. Der hat er auf jeden Fall. Der hat er vielleicht noch, oder? Na, woher? So. Schau, wir die Kaiserin stoppen, ey. Die ist ja überhaupt nicht nervig. Und das hier, Tunesien. Und da macht sich auch jemand bereit. Holland. Holland. Verdammtes Holland. Holland. So, sind jetzt welche von mir hier rüber gelaufen eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Na toll. Na, oh, okay. Den haben wir auch einen Haufen von Moral. Ja, jetzt machen wir mal zurück. Marokko hat Frankreich den Krieg erklärt. Sehr geil. Dann werden sie jetzt gleich Frieden machen, schätze ich. Höchstwahrscheinlich. Nee, das war was anderes. Na. Und wenn es abfall. Ah, okay. Ternade. Portugal und Passei verbindet. Mit wem ist Portugal so verbindet? Ternade nur. Oh, Portugal müssten wir eigentlich mal angreifen. Fände ich schon gut. Greifen wir jetzt noch Portugal an. Das haben wir ja nicht, ne? Übung der Hauptstadt, okay. So, schauen wir mal. Da unten müssen wir hin und da drüben, okay. Dann können wir gleich mal da hin. Holen wir uns das mal. Hier unten sind wir auch gleich gelandet. Dann mal rüber mit dir in die Hauptstadt. Neuroprang haben wir integriert. Sehr schön. Mal kurz schauen hier. Ah ja, jetzt haben wir natürlich wieder Mods über Dienungsgeldausgaben. Und hier kommen wir auch nicht wirklich weiter. Das steigt so langsam. Ja. Ich frage mich noch warum. Wissenschaftler oder Philosoph brauchen. Ach ja. Da war ja was. Das war aber nicht. Nicht so wirklich. Hilfe. Ähm. Schadensgewehren und dann nehmen wir noch ein bisschen Diplot Zeug. Gut. Armee ist im Exil. Oh. Hallo. So. Ne ist nur die eine. Okay. Frankreich geht es nicht gut. Äh. Ah. Sehr schön. Bin mal gespannt, wer gewinnt. Oder egal, oder was. Ne. Doch. Verdammt. Okay. Ah, da hat er Truppen. Das französische Flatschiff wurde versenkt. Sehr gut. Bin ich okay. Warte, der ist ein Hafen da unten. Mars. Kommen wir da noch hin? Schauen wir mal. Aha, du blockierst einfach den Weg. Schatz zu essen, wenn das passiert. Das setzen wir da drücken noch schnell. Dann können wir diese Armee mit dem General ausrüsten und einmal teilen. Wohl, kannst du auch direkt zur Hauptstadt. Gescheiter. So, sind da schon wieder Schiffe unterwegs. So, schauen wir mal. Pisan in Österreich, Stuttgart in Korea. Kommen wir an Aragon. In Brasilien. Siena. Toskana wird nicht mehr vassalisiert. Naja, immerhin. Was haben wir jetzt bekommen? So, mit denen sind wir jetzt am Krieg. Das da unten noch. Okay. Können wir das mal besetzen. Wir schauen das ja eigentlich mit dem Piraten aus. Wollen wir tatsächlich noch mehr Piratenjäger? Welche ist denn das? Haben wir keinen mehr? Ach, da oben. Da sind die. Ich glaube, wir bauen noch ein paar Zweitdecker. Da. Uff, dauert das lang. Hey, Jemini. Was ist doch lieber hier oben, oder? Na. Wo bauen wir die noch? Alles nicht so optimal. Da. Da hat alles ewig hier. Da. Das wird erreichen. Hoffe ich doch. Da. 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 Drei. 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 Dein. Bis zum nächsten Mal.